Hallo und herzlich willkommen zum Data Express Episode 56. Data Express ist der Podcast von Data Disrupted, in dem sich die Kerstin und der Wolfgang unterhalten über Neuigkeiten aus der Welt der Enterprise-IT-Infrastruktur. Wir haben heute Dienstag, den 22. Oktober 2024. Die Kerstin ist in Nürnberg zur IT-Security-Messe ITSA und darüber wollen wir heute reden. Was gibt es davon zu überrichten, Kerstin? Wie ist die Messe? Verwirrend. Verwirrend ist die Messe. Ich bin heute, ich war so lost. Also erstmal, es sind wahnsinnig viele Aussteller. Ich glaube, das sind wirklich so viele Aussteller wie nie. 900 war die offizielle Verlautbarung der Messe. Natürlich auch jede Menge kleine Aussteller dabei. Verteilt auf, ich glaube, vier Hallen, wobei ein Teil der Hallen war abgetrennt. Also man hätte das wahrscheinlich auch in zwei Hallen unterbringen können. Und die Hallen waren aber so gewählt, dass, ja, keine Ahnung, ich habe ständig den Ausgang gesucht und die Presse launch und überhaupt, also das war alles total unübersichtlich. Und ich war lustigerweise nicht alleine mit diesem Eindruck. Ich habe mich dann anschließend mit Freunden unterhalten, die auch dort unterwegs waren heute. Und die haben diesen Eindruck bestätigt, dass das ganz, ganz befürchterlich unübersichtlich war. Und irgendwie auch verkehrt rum. Normalerweise war es ja so, wenn du reingefallen bist, dann standest du immer gleich auf dem IT-Watch-Stand. Das war ganz früher, als die ITSA angefangen hat, immer tatsächlich am, oh Gott, was ist das, Halle 9? Am Eingang Mitte. Und dann war aber irgendwann mal der Haupteingang hinten auf der anderen Seite, Messe Eingang Ost an dem großen Parkplatz. Und dann bist du dort reingegangen und dann war da gleich IT-Watch. Und alles war schön und sehr übersichtlich und man konnte sich dort bewegen. Jetzt ist es irgendwie verteilt auf Hallen, die nicht linear zwischen Mitte und Ost liegen, sondern irgendwie so einen Bogen machen und man kann da durchlaufen und da nicht und darüber und keine Ahnung. Naja, und IT-Watch ist jedenfalls wieder auf die Seite mit der U-Bahn gewandert. Das ist auch so eine schöne, in Anführungsstrichen schöne 80er Jahre Architektur, wo irgendwie nichts rechtwürdig und symmetrisch war, sondern irgendwie das ist alles schief. Und Treppchen rauf und Treppchen runter und dann irgendwie ist in dem Flügel aus. In den Löwe. Ich finde es generell ein bisschen als Messegelände ein bisschen schwierig mit Orientierung. Weil es halt nicht geradlinig ist und nicht rechtwinklig ist. Ja, also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Da habe ich mich sehr, sehr schwer getan heute damit. Naja, ich habe es trotzdem irgendwie überlebt. Ich habe auch wieder rausgefunden, jetzt sind wir hier. Ist ja auch schön. Es ist auch keine Architekturmesse, sondern eine Security-Messe. Sicherheitsarchitektur. Aber es ist dann irgendwie mehr so bei Obscurity. Egal. Egal. Ja, ansonsten, was waren die Themen dieses Jahr? Waren wahnsinnig viel KI. Also auch das beherrscht das Thema, jeder springt auf diesen Zug auf. Und das waren noch sehr, sehr viel mehr als letztes Jahr. Es waren unglaublich viele Distributoren diesmal da, hatte ich den Eindruck. Also die hatten riesen Schiffe und es war, ja, es waren mehr Distributoren als sonst, hatte ich den Eindruck. Es war viel Consulting dort unterwegs. Auch das nimmt zu in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren und hat wirklich unverhältnismäßig mehr Raum im Vergleich zu früher. Dann ist es auch vor allem sehr datenlastig geworden. Also immer mehr Backup-Firmen stellen dort aus. Das fing ja mit Rubrik an, die sich so ein bisschen als das sichere Backup positioniert haben. Und jetzt meint jeder Backup-Hersteller dort, sich als Sicherheitslösung verkaufen zu müssen. Egal ob Veeam, Cohesity oder Westvergaia, wie sie alle heißen. Also das ist schon, das ist schon auch auffällig. Es gibt ja auch sonst in Deutschland keine so wirkliche IT-Messe mehr. Das haben wir ja schon in den letzten Jahren beobachtet. Da ist einfach relativ viel, wo man sagt, das ist eigentlich, was hat das mit IT-Security zu tun, dann doch irgendwie so ein Schnipsel im Portfolio findet, der dann doch mit der Security was zu tun hat. Dann gehen sie auf die Messe und haben dann eben das andere, das ist auch noch mit dabei. Also das verwässert es natürlich auch so ein bisschen irgendwie. Und ich habe heute auch schon erste Stimmen gehört, dass die eben genau aufgrund dieser Ausuferung zum Teil die ursprünglichen, also ich habe zum Beispiel heute überhaupt gar kein Lametta gesehen. Sonst war das Ding immer voll mit Lametta. Lametta für alle, genau. Höheranlage gebunden ist, wie wir Menschen. Genau, also alles, was so militärisch unterwegs ist und eine Uniform trägt und ein oder mehrere Sterne und ein paar Kordeln von der Schulter hängen hat. Und wie gesagt, ich habe heute auch schon Stimmen gehört, dass die Behörden wegbleiben. Da gibt es wohl andere Veranstaltungen mittlerweile, die sich dort als lohnenswerter herausstellen. Inzwischen nicht auf Digitalgipfel war kürzlich einer oder Digitaltag. Also da verlagern sich wohl gerade auch ein paar Dinge. Ich werde das morgen mal beobachten. Wobei ich befürchte, Mittwoch ist ja traditionell dort immer der Beutelratentag. Also wenn die Studenten aus den Unis gelassen werden und auf die Aussteller los. Vielleicht bleiben die ja auch aus. Ich befürchte nicht, weil irgendwie muss ja die Messer auf ihre Besucherzahlen kommen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Ansonsten habe ich auch ein paar Perlen gefunden, aber nochmal zurück kurz zu den Themen. Also wie gesagt, KI, ein riesengroßes Thema. Momentan stürzt sich irgendwie alles auf Security, Operation Center as a Service, also SOC as a Service, auf Attack Surface, Management, auf Pentesting, auf natürlich OT-Sicherheit, also Operational Technology spielt nach wie vor eine sehr große Rolle. E-Mail-Sicherheit ist am Rande ein bisschen mit aufgetaucht und Quantenverschlüsselung. Und das ist mir gleich zweimal begegnet. Einmal in richtig schick und einmal in, oh Gott, also einmal war es ein reines Buzzword, was da verwendet wurde. Ja, das waren so die Technologie-Highlights. Und es gab unglaublich viele Stände, wo überhaupt nicht ersichtlich ist, was die machen oder warum die da sind. Also entweder stand gar nichts drauf oder so viel, dass es total abschreckend war gleich und man den Wald dann vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen hat. Also auch das lernen Hersteller, glaube ich, in 100 Jahren, nicht? Wenn die auf eine Messe gehen, einfach mal in klaren Worten, wenn einer vorbeiläuft und es erfassen kann, zu sagen, was mache ich? Warum bin ich hier? Warum sollst du stehen bleiben und mit mir reden? Stattdessen springen nicht die ganzen Sales-Druiden wieder an wie zu allerbesten Cebe-Zeiten in den 90ern. Also das ist auch sehr auffällig geworden, dass das Sales-Volk wieder sehr aufdringlich wird. Und vielleicht wissen ja auch die Firmen oder zumindest die Menschen, die auf den Ständen stehen, selber nicht so genau, was sie eigentlich tun oder machen oder wollen. Ja, das... Also wir haben ja auch in unserer mittlerweile vieljährigen Karriere genügend IT-Unternehmen, Mitarbeiter kennengelernt, wo man sich fragt, was macht der eigentlich da? Oder das ist dann einfach, der wechselt den Hersteller und erzählt auch heute irgendwie das Nächste. Und der konnte genauso gut Kloschüssel verkaufen oder irgendwie Silberbesteck. Jetzt stark überspitzt und ich möchte natürlich niemanden, der das gut macht, in Abrede stellen, dass er seinen Job nicht irgendwie geschissen macht. Also es gibt eine ganze Menge, die es wirklich gut machen. Es sind auch welche, die technisch wirklich Ahnung haben. Es waren auch ein paar Gründer dabei. Ich habe mich aber dann wirklich von den großen Ständen, habe ich mich dann auch tatsächlich ferngehalten. Weil was will ich mit einer Fortinet oder einer Juniper oder all den? Ich... Doch, einen großen werde ich morgen besuchen. Aber auch nur, weil ich dort jemanden sehr gut kenne. Das ist CrowdStrike. Mal gucken, wie die sich morgen dann... Also sie sind auf jeden Fall da und sie schämen sich nicht. Wie hat sich auch gestern erst gelesen, dass... Wegen des Desasters kürzlich. Weil du sagst, sie schämen sich nicht. Kürzlich, genau, 19. Juli. Wir werden den Tag nie vergessen. Er wird in die Annalen eingehen. Die haben... Also gestern habe ich das erst gelesen, der Aktienkurs ist wieder auf vor 19. Juli Niveau. Also der hat sich wieder komplett erholt. Und das wirklich innerhalb kürzester Zeit. Ich denke, da bleibt nichts übrig bei denen. Da gab es ein bisschen Aufschrei. Die Versicherer sind wach geworden. Keiner will mehr Cyber versichern. Aber ansonsten wird das keine bleibenden Schäden hinterlassen, schätze ich mal. Genau. Ja, bei den Ländern diesmal war interessanterweise Israel dabei. Und Tschechien. Tschechien war letztes Jahr auch schon dabei. Da habe ich auch zwei interessante Lösungen gefunden. Die muss ich mir noch genauer angucken. Genau. Ja, und Israel habe ich auch mir eine Broschüre mitgenommen. Ich bin da nur einmal rumgelaufen. Aber mir war das irgendwie viel zu voll und russisch, da mit jedem zu reden. Und das werde ich dann im Nachgang mir noch mal ein bisschen angucken und den einen oder anderen Anbieter da rausholen. Vielleicht gibt es da mal wieder einen Blogpost. Wir hatten ja mal angefangen, die Serie IT Security Made in Eastern Europe. Da passt jetzt Tschechien ganz gut rein. Gut, Israel ist jetzt auch ein bisschen Osteuropa. Können wir da vielleicht mal die Serie weiter fortsetzen mit den Sachen. Und ich schätze, nach Israel komme ich so schnell auch nicht mehr. Das hat sich erst mal erledigt. Ja, das könnte sich ja weiter lang erledigt haben. Das stimmt. Genau. Ja, dann ist mir aufgefallen, dass kaum letztes Jahr waren noch unglaublich viele Asiaten da. Die habe ich diesmal überhaupt nicht gefunden. Dafür waren sehr viele unbekanntere amerikanische Anbieter da, die auf den europäischen Markt drängen und hier auch schon Niederlassungen und Branches eröffnet haben, so in ganz Europa und speziell auch den deutschen Markt für sich entdecken. Und unter anderem war einer dabei, den fand ich ganz witzig, Pax8 oder Pax8. Das ist ein Distributor, der ausschließlich digital arbeitet. Also der bietet quasi eine Broker-Plattform für MSPs und ja, für Service-Provider und Reseller natürlich auch, aber das ist nicht die primäre Zielgruppe. Primäre Zielgruppe sind tatsächlich Managed Service-Provider und auf der anderen Seite hat er Anbieter, die Pay-Per-Use-Modelle anbieten und er übernimmt halt das ganze Brokering, das Accounting etc., sodass der Service-Provider, der klickt sich da in den Marktplatz seine Lösungen, seine Plattformen für seine Kunden zusammen, verkauft das schön weiter, kassiert die Kohle und genau. Und hat aber mit den einzelnen Herstellern überhaupt gar nichts zu tun, sondern das passiert alles transparent im Hintergrund. Ziemlich coole Geschichte, ich muss mir das nochmal genau angucken, aber es ist zumindest mal etwas Neues aus der Welt der Distributoren, wo ja, alle anderen, die sonst so unterwegs sind, sich immer noch so präsentieren mit ihren Herstellern und ja, was Provision ich bekomme, das Lied ich singe oder so. Ganz, ganz stark. Ja, ansonsten, den Zweiten, den ich da gefunden habe, war Raynet. Da musste ich, du weißt an wen denken, dessen Name hier nicht genannt werden möchte. Der macht ganz was Einfaches, der macht wirklich simple IT-Asset-Discovery-Inventory, nicht mehr und nicht weniger. Und das fand ich so erfrischend, weil auch das ist mir aufgefallen, mittlerweile jeder meint irgendwie, alles machen zu müssen und jede Kuh bedienen zu müssen und melken zu müssen. Das heißt, was ich vorhin schon sagte mit diesen überladenen Ständen, dass eigentlich möchtest du wieder einfache Lösungen, was wir auch schon im Storage mal besprochen hatten, dass das nicht irgendwie einer für alles und one size fits all, sondern tatsächlich etwas, aber etwas gut gemacht wird. Genau. Ist ja die Herausforderung, dass du dann als Endkunde das alles zusammenführen musst und dich um verschiedene Aspekte mit verschiedenen Lieferanten rumschlagen musst, mit den Leuten reden musst. Wenn du natürlich alles aus einer Hand hast, zumindest so die Theorie, dann hast du einen Ansprechpartner und deine ganze Technologie kommt aus einer Ecke und du hast irgendwie selber weniger Arbeit damit, du musst weniger, weniger Glue-Software in irgendeiner Form besorgen, erstellen, selber schreiben und so weiter und so fort. Aber du hast natürlich auf der anderen Seite auch, auf der anderen Seite bist du natürlich auch genau diesem einen Hersteller ausgeliefert mit dem, was der Hersteller irgendwie im Portfolio hat und wenn da irgendwie was zu dir nicht passt, dann, das ist so das SAP-Syndrom, dann machst du deine Firma passend zur Software und nicht die Software passend zur Firma. Das zum einen und du bist natürlich auch angreifbarer, du bist mehr eingeschlossen, et cetera. Und das ist, das ist nicht, das ist nicht gut. Ich hatte heute das Thema lustigerweise auch mit Palo Alto Networks, die ja auch diesen Platformization-Ansatz gehen. Wir haben einen Data Explorer, die Episode kommt irgendwann, aufgenommen heute mit dem Thomas Max einer, mit dem haben wir schon mal gesprochen und heute ging es eben auch nochmal so um die Fortsetzung von der, von der XIM-Plattform und er sagte halt auch, es macht irgendwie Sinn, eine Gemeinschaft, nee, anders, ja doch, die Daten an einer Stelle zusammenlaufen zu lassen und dort aus den Silos rauszuholen, um eben mehr Kontext zu bekommen, um mehr Einsichten, Insights zu bekommen und natürlich dann auch ein einheitliches Dashboard oben drüber zu setzen. Wenn du gesehen hättest, wer aber heute alles behauptet, das alles machen zu können und zu haben, das ist so, was ich immer sage, ich vertraue Google, die können Anti-Spam, ich vertraue nicht Web.de, also Technologie, Führerschaft, also es gibt welche, die haben es drauf, die können das wirklich, denen würde ich auch vertrauen, die haben aber auch es geschafft, Integrationen passend zu schaffen, also die haben, was sagt der R heute, glaube ich, 190 Integrationen zu allem, was so eine Firma hat, wo smarte Transitions oder auch Investitionsschutz gegeben ist, die halt dann wirklich einfach nur die Daten dort rausziehen, um sie zu analysieren. Sowas macht dann durchaus Sinn, aber wenn, ja weiß ich nicht, jeder kleinere Anbieter, der dann behauptet, das alles zu können, was so ein großer Anbieter wie Palo Alto Networks macht, kann, dem vertraue ich nicht, das glaube ich nicht. Den fehlt unglaublich viel Technologievorsprung an der Stelle und Ja, es ist doch irgendwann, es ist aber irgendwann eine Vertrauenssache, weil man sich natürlich schon die Frage stellen muss, wenn jemand behauptet, er kann alles, er kann alle Technologien und alle Marktsegmente und alle Branchen und alle Unternehmensgrößen, dann sage ich immer so, hm, das kaufe ich dem nicht wirklich ab, dass der halt dann irgendwie auch an den Mittelständler denkt, wenn er eigentlich oder wenn er überwiegend mit Großkonzernen heute irgendwie zu tun hat, dann bleibt heute immer irgendwas auf der Strecke. Entweder im Rollout, in der Betreuung, im Support oder eben auch in der Funktionalität. Und das ist auch, genau, genau, das unterschreibe ich sofort. Und was zum Beispiel Palo Alto Networks macht, und das haben die heute auch wieder betont, ist ein Channel-Only-Modell zu fahren. Und das heißt, die verstehen sich eher so als Enabler für die Partner, deren Geschäftsmodelle zu unterstützen und helfen aufzubauen. Und dann kommt halt so ein Systemhaus und so ein Systemhaus kennt seine Kunden und baut dann die Plattform eben passend für ihre Kunden wieder. Und dann ist das auch wieder nichts von der Stange in dem Sinne. Und das ist so etwas, was ich vielen, vielen der Anbieter, die mir da heute auch begegnet sind, ein Stück weit abspreche. Ganz, ganz viele benutzen unter der Haube sowieso Technologie von anderen. Das finde ich dann auch ganz interessant, wenn du mal so ein bisschen nachfragst und denkst, was macht ihr denn so? Ach, das macht ihr, das ist ja cool. Und dann siehst du eben, dass die auch nur Pantera unter der Haube einsetzen. Wo ich mir dann auch denke, so bleibt doch zu Hause. Also dann gehe ich doch gleich zu Pantera. Pantera, für alle, die sich nicht mehr erinnern, war einer der ersten Pentest-Automatisierungsplattformen. Und, oh Gott, ich muss die Bilder posten. War das nicht auch eine brasilianische Metalband oder so? Pantera. Nicht Pantera. Okay, ja gut. Aber, ja, so ähnlich. Genau. Genau, also das sind so, das sind dann so Sachen, wo ich mich auch frage. Und das ist ein normaler Mensch oder ich sage jetzt mal so ein normaler Anwender, der dort vorbeiläuft und das sieht und das Marketing bla bla hört, der denkt sich vielleicht auch ganz, ganz toll. Und er hat aber vielleicht auch nicht so die Markteinsicht, wie wir sie haben und stellt, ja, weniger Fragen oder andere Fragen. Und dann wird dem etwas verkauft, was derjenige, der es ihm verkauft, gar nicht beeinflussen kann, weil er es nur zukauft. Und dann sind wir wieder bei Lieferketten-Sicherheit und bei Lieferketten-Transparenz. Und das ist, ja, ich bin skeptisch. Also ich finde das sehr, sehr fragwürdig. Naja, wie auch immer. Du hast dann auch möglicherweise auch tatsächlich als Endkunde plötzlich irgendeine Abhängigkeit bei dir in deinem Produkt drin, dass du dir so, wenn du es in Einzelteilen kaufst, nicht kaufen würdest, diese Abhängigkeit, aber du kannst es in Auswählen. Du weißt, es wird doch nicht bald, wenn du nicht nachfragst. Und trotzdem hast du es. Exakt. Das ist die große Gefahr dabei. Genau. Das ist sehr gut zusammengefasst. Nichtsdestotrotz, ich habe ein paar Perlen gefunden, tatsächlich, die auch neue Ansätze gehen, die sicherlich als Ergänzung zu so großen Security-Plattformen auch für große Unternehmen sehr interessant sein könnten. Da wäre zum einen ein, ja, ein Cyber-Insight-Startup aus Leipzig. Cyber-Insight, so heißt die Firma. Die Firma heißt Cyber-Insight, ein Startup aus Leipzig. Leipzig. Und die haben ein Produkt, Achtung, Trommelwirbel, Threat-Finder. Jetzt ein Schelm, der Böses dabei denkt, aber es sind tatsächlich nicht, es ist keiner aus dem Threat-Defender-Team dabei. Es ist nicht die Leipziger Ur-Uhr-Suppe, ausnahmsweise mal. Ich habe keine Ahnung, wie die auf den Namen gekommen sind. Ich muss die mal fragen, woher diese Nähe kommt oder ob das an Leipzig liegt, an der Luft, die dort herum war, but I don't know. Keine Ahnung. Was die machen, die machen auch Attack-Surface-Erkennung oder Schwachstellen-Erkennung ein bisschen und so ein bisschen, nee, kein Pentesting, sondern wirklich Threat-Finder, was der Name schon sagt. Allerdings gucken die, wenn die neben den üblichen IOCs, also Indicators of Compromise, Indicators of Attack, etc., Schwachstellen-Listen und sonst irgendwas, gucken die auch im Web nach, wie über eine Schwachstelle geschrieben wird, dass die ausgenutzt wird, wie die ausgenutzt wird, wo die ausgenutzt wird. Die haben im Hintergrund ein Large-Language-Model laufen, also auch da KI im Einsatz. Und mit diesem Large-Language-Model, also mit dieser generativen KI, sind die in der Lage, Sprache zu durchforsten und noch zusätzliche Informationen oder eine Schwachstelle mit zusätzlichen Informationen anzureichen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Hacker-Gruppe irgendwo auf Twitter austauscht, auf Ex austauscht oder in irgendwelchen anderen Medien, dann finden die das oder finden noch zusätzliche Informationen oder wenn so kleine Abarten anfangen, da hoch zu kochen, das Ganze dann noch kombiniert auch mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das wird dann übersetzt in mathematische Modelle, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeitsrechnung noch dazu, sodass man auch so ein bisschen Prediction machen kann, wie wahrscheinlich ist es, dass so eine Schwachstelle oder so eine Angriffsfläche tatsächlich ausgenutzt wird in der Firma. Also sehr guter Ansatz, finde ich total cool. Ich habe denen versprochen, dass wir auch noch mit denen reden. Hier fallen Dinge runter. Dass wir auch noch mal mit denen reden dediziert. Der einzige Nachteil, den ich gesehen habe, bei denen momentan ist es noch so, dass man eine Asset-Liste hochladen muss. Also die sind nicht inline. Das heißt, es ist kein Datenstrom, der dadurch sucht wird, sondern es ist tatsächlich, ich muss eine Liste haben mit meiner Hardware, meiner Software, mit den Versionen, die ich einsetze und das dann hochladen und dann wird das entsprechend als Basis genommen für diesen Threadfinder. Aber ansonsten, wie gesagt, ein interessanter Ansatz, das Ganze. Dann habe ich noch einen gefunden, der Schwachstellen nur auf Basis eines Brandnamens sucht und das finde ich auch einen interessanten Ansatz. Normalerweise, wenn du nach Schwachstellen suchst oder Angriffsflächen, dann gehst du ins Unternehmen rein, stellst da irgendeine Box hin und guckst von innen heraus aus dem Unternehmen. Manchmal auch ein bisschen von außen, aber eher gezielt. Und was die machen, die nehmen sich, die gehen völlig unvoreingenommen an die Sache ran. Denen sagst du nur, wie deine Firma heißt oder wie dein Brand heißt und dann fangen die an, nach offenen Ports zu suchen, nach exponierten Geräten. Die fangen natürlich erstmal mit denen an, die zwangsläufig im Internet, aus dem Internet erreichbar sind wie E-Mail, Web-Services etc. Gucken aber dann auch nach anderen Devices, die in dem Zusammenhang von außen erreichbar sind und bohren sich dann da, sobald die ein kleines Loch finden, bohren die sich da rein. Und das fand ich auch einen ganz interessanten, ganz interessanten Ansatz. Wo ist da der Unterschied zum Pen-Testing? Das macht ja genau sowas. Ja, aber die sind gezielter, die gehen gezielter ran. Also die haben die haben ja Scheuklappen schon. Also bei denen ist mir aufgefallen, dass die wirklich gar keine Scheuklappen haben. Das ist aber ein schlechter Pen-Tester, wenn der mit Scheuklappen loszieht. Hast du aber in der Regel. Normalerweise wirst du von einer Firma engagiert und dann kriegst du eine ganze Menge Informationen schon mal mit, damit die wissen, wo sie ansetzen können. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, Enable war das damals, wie die losgegangen sind. Die haben erst mal über das Unternehmen recherchiert. Die haben wirklich erst mal geguckt, wo können sie ansetzen, zum Beispiel für Social Engineering, für Phishing und so weiter. Und sind dann dort gezielt reingegangen mit ihren Pen-Tests. Und auch die Lösungen wie so Pantera, die sitzen im Unternehmen. Also die gucken nicht so wirklich, wenn ich, ich muss morgen noch mal nachschauen, aber die gucken nicht so wirklich von ganz außen, wie so ein Hacker, so völlig aus dem Off da drauf. Also das ist, ich kann es jetzt nicht besser erklären. Na gut. Also es ist nochmal, es ist ein interessanter Ansatz, wie ich finde. Definitiv. Auch einen interessanten Ansatz, auch geht es auch nochmal um Schwachstellen und Attack Surface Management. Ein Startup aus Deutschland, den habe ich auf der Startup Area gefunden, Red Mimicry heißen die. Und die bauen, die bauen Malware nach. Allerdings ohne das zerstörerische Element. Und dann lassen die die Malware im Unternehmen los und gucken, wo das überall Schaden anrichtet und wie es Schaden anrichtet. Das fand ich auch nochmal eine ganz besondere Form des Pen-Testings, dass die einfach sich wie ein Hacker benehmen, also wie ein richtiger Hacker mit echter Malware. Funktioniert natürlich nur mit bekannter Schadsoftware, nicht mit unbekannten. Was soll schon groß schief gehen? Genau. Aber das, also ich fand es einen interessanten Ansatz und die haben gesagt, die werden sowas auch nochmal so noch weiter aus Hacker-Sicht vorantreiben. Also dann auch mal so mit, ja, das Ding einfach mal verändern und gucken, was passiert. Weil wir haben ja auch eine der neueren Bedrohungen, Polymorphe Malware, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, in Zeiten von KI kein Problem mehr, dass Malware-Signaturen Haltbarkeitsdauer von einer Minute haben. Naja, eher so einen Tag. Und sich dann aber schon beginnen zu verändern, um eben die, 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 die Countermeasures zu unterwandern, zu unterlaufen. Also das. Was halt ein guter Virus ist. Genau, was halt ein guter Virus ist. Der passt sich an, solange bis er den Wirt nicht mehr tötet, aber größtmöglichen Schaden dann richten kann und möglichst lange selber am Leben bleibt. Exakt. Ja, also das fand ich auch einen interessanten Ansatz, den ich, den ich so bisher am Markt tatsächlich noch nicht gesehen habe. Was dann, was dann auch auftauchte, sind immer mehr Suchmaschinen fürs Darknet. Also da sind mir heute gleich zwei Firmen begegnet, Cadu, die tatsächlich auch nur eine Aufgabe haben, nämlich das Darknet nachliegt, Information zu durchsuchen und dann die Firma darauf hinzuweisen, hier, pass mal auf, irgendwo hast du ein Leck, da fließt was durch und das ist jetzt schon im Darknet. Und eine andere Firma, oh Gott, ich möchte es gar nicht aussprechen, gerade sage ich noch, die Chinesen sind alle weg und dann heißt diese Firma Cyber Angel, also nicht Cyber Angel, sondern Cyber Angel, fand ich ganz niedlich, aber die machen auch sowas. Ich weiß nicht, wie die auf ihren Namen gekommen sind. Wie lange gibt es die Firma, war das perihuanafrei in Deutschland? Ich habe keine Ahnung, ich muss nachschauen. Die Links gibt es natürlich alle in den Show Notes, ihr könnt dann auch gerne selber euch noch ein bisschen lustig machen. White Intelligence as a Service war auch ein riesengroßes Thema, machen auch eine ganze Menge, auch das ist inzwischen etwas, naja, nicht ausgeufert, aber doch sehr populär geworden. Auch da sind ein paar neue Anbieter, die es sich lohnt, vielleicht mal anzugucken. Einen hatte ich rausgenommen, Eljotec, die erschienen mir da doch ganz vielversprechend auch als Alternative zu den anderen Großen. Ich habe auch das Cyber Labor von Interpol gefunden, also jetzt nicht das Cyber Labor von Interpol, aber die waren zum Beispiel auch beteiligt, als Lockbit-Hops genommen wurde. Da war Europol ganz, ganz groß und die machen wohl sehr, sehr viel in dem Umfeld. Also die sind maßgeblich beteiligt, wenn solche Hacker-Gruppen ausgehoben werden und das fand ich auch ganz interessant. Ich habe allerdings den Namen vergessen. Ich muss da morgen noch mal hin und mal ein Foto machen. Das habe ich. Da ist es ja auch, ich sage es mal vorsichtig, wahrscheinlich, habe ich mir ziemlich sicher, dass es so ist, es sind auch so große, es ist erstens im Staatsinteresse für die eigene Wirtschaft und natürlich haben die unter Umständen andere finanzielle Möglichkeiten, als wenn es irgendwie eine Forschungsgruppe in einer Hochschule anfängt, sowas zu tun. Ja, es ist auf jeden Fall eine Firma und die stellen jetzt auch dieses Threat Intelligence as a Service auch mit zur Verfügung, also die öffnen sich da auch und lassen eben auch Unternehmen profitieren von den Findings, die die da rausholen. Ich muss da morgen echt noch mal vorbeigehen, ich muss den Namen raussuchen. Ich habe das echt, das war heute so gut. Ich meine, solche Behörden agieren halt irgendwie quasi im Staatsauftrag und natürlich hat der Staat auch Interesse daran, dass es seiner Wirtschaft halbwegs gut geht. Vielleicht nicht nur mit dem deutschen Staat, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen hier nicht politisch werden. Aber wenn du jetzt natürlich viel Cyberangriff hast oder so oder irgendwie quasi deine Wirtschaft geschehen wird, das ist dann ja auch irgendwie Bruttosozialprodukt oder BIP, was dann irgendwie in die Mittelschaft gezogen wird und ein paar so Dinge, möglicherweise irgendwie der Außenhandel und und und. Also das geht dann ja auch tatsächlich zulasten quasi der Staatswirtschaft irgendwann mal. Also hast du natürlich Interesse als Staat da irgendwie vielleicht auch mitzuhelfen. Ja, ein Staat war es jetzt nicht. Es war wirklich eine Firma, aber egal. Ich dachte, du sagst du was von irgendeinem Cyberlabor Interpol kam. Ja, ja, aber das ist kein Staat gewesen, keine staatliche Einrichtung, sondern das ist wirklich eine Firma, die da in dieser Forensik oder ja, keine Ahnung, so wie Juni 42 und wie die alle heißen, die da immer fleißig mit dran arbeiten und die haben sich halt auf solche Sachen spezialisiert. Also ich gehe da morgen nochmal hin, dann suche ich das raus und wir nehmen ja morgen noch eine Episode auf und dann sage ich, wie die heißen und wer da wirklich dahinter steckt. In dem Zusammenhang, wir haben ja kürzlich erst über Business Continuity gesprochen und unter anderem auch, was passiert, wenn bei mir der Cyberblitz so richtig eingeschlagen hat, nämlich wenn es soweit ist, dass der Geschäftsführer einen Schlüssel abgibt und vor der Tür nur noch im mobiles Rechenzentrum steht. Ich habe heute so eins gefunden, es heißt Devil und natürlich hat der Devil auch eine Bedeutung, das ist Digital Evidence Validation and Investigation Lab und das sind die Jungs, mega spacig, es gibt Bilder, ich schicke den Link natürlich auch in den Shownotes, mega spaciges Ding und das ist genau so ein Mobil, was bei euch vor der Tür steht, wenn der Cyberblitz so richtig eingeschlagen hat und ihr das Firmengelände nicht mehr betreten dürft. Also es gibt sie, diese SWAT-Teams und eins davon steht hier in Nürnberg und richtig, richtig, ja, futuristisch. Ganz tolle Geschichte. Was haben wir sonst noch gefunden? Einen Hund, einen Robodog, der hatte keine andere Funktion, der kann auch nichts anderes außer rumlaufen, Pfötchen geben und Leute angucken, war sehr niedlich. Ich habe ein Video gemacht, das gibt es demnächst auf LinkedIn noch. Den hatte Hornet Security dieses Jahr dabei und wer die letzten Jahre da war, Hornet hat in den letzten Jahren immer irgendwelche Roboter da gehabt, dass diese, ich glaube vor drei Jahren oder vor zwei Jahren waren es so Kellner, Roboter-Kellner, dann so tanzende Roboter mal und eben jetzt dieses Jahr den Cyberdog, der da rumgelaufen ist in Yellow. Sehr, sehr lustige Geschichte. So, was haben wir denn noch gefunden? Ich habe, was sage ich jetzt zuerst? Ich, ich, wir nehmen erst mal Pink. Ich bin natürlich auch bei der Telekom vorbeigelaufen, war auch nicht zu übersehen, Riesenschiff, nicht so groß wie auf der CW, aber sehr, sehr groß und die haben auch so kleinere Projekte innerhalb des Konzerns, die normalerweise kein Mensch kennt, über die auch kaum einer redet, wir jetzt hier schon. Ich habe sie liebevoll Tele-Ette genannt, also in Anlehnung an die Googletten und das ist Dienster, heißt das Produkt, was da entwickelt wurde, auch in Leipzig lustigerweise und die machen Pentests für Chatbots, also die haben ein Lama im Hintergrund und das Lama, das geht wirklich DDoS-mäßig auf ein Chatbot los und sucht in Chatbots oder in KI-Anwendungen nach Schwachstellen und das fand ich auch ziemlich faszinierend. Ich habe auch schon, wenn ihr gucken wollt, bei uns auf dem LinkedIn-Kanal gibt es einen Veranstaltungshinweis, die Jungs machen ein Webinar im November, lohnt sich, lohnt sich echt anzugucken. Es sind super coole Jungs und ist ein super cooles Produkt, finde ich. Bleiben wir mal so in der Region um Leipzig. Ich hatte vorhin noch Quantum angekündigt, es gab zwei Quanten, habe ich gefunden heute. Das eine ist ein Quantum Optics, ist ein, ja ich würde sagen, auch noch Startup aus Jena und die bauen tatsächlich eine Quantenverschlüsselung und die funktioniert so, die spalten ein Photon, das wird geteilt und dann hat man quasi wie so zwei Zwillinge und die sind an beiden Enden einer Leitung und generieren pausenlos neue Schlüssel. Und dann wird über diese Glasfaser, die dazwischen, das ist eine Box, die man sich da hinstellt, also das passiert alles in einer Box, wird der Datentransfer über diese Glasfaser verschlüsselt. Das funktioniert über Längen bis zu tausend, nein, nicht tausend, bis zu 150 Kilometer, also auch schon ein Stück weit über Georen und dann Rechenzentren und man kann sie auch in Reihe schalten, also man könnte das auch noch erweitern, das Ganze. Fand ich eine unglaublich vielversprechende Technologie und war die erste echte Quantenverschlüsselung, die ich gefunden habe, die nicht den klassischen Weg geht, sondern die wirklich mit Quanten, mit Photonen arbeitet, also in dem Fall mit Photonen, mit Photooptik. Und ja, das fand ich unglaublich interessant. Die Boxen, die sie haben, die machen auch einen Integritätscheck der Leitung, also die hatten das auch aufgebaut als Versuchsfeld, das heißt, wenn da irgendwas mit dem Widerstand oder mit der Lichtbrechung oder mit der Lichtstärke nicht stimmt, dann brechen die sofort ab und warten, bis die Leitung wieder in Ordnung ist und dann geht's weiter. Also das sind auch so noch eingebaute zusätzliche Sicherheitsmechanismen, die die haben. Ich hab Fotos gemacht von den Boxen, die werden wir auch mit posten auf irgendeinem unserer Kanäle. Sehr, sehr coole Geschichte. Ich muss sowieso nach Leipzig und vielleicht, nein, ich muss nach Jena sowieso auch, wenn ich in Leipzig bin, dann gibt's auf jeden Fall mehr Content an der Stelle. Ja, das andere Quantum, was ich gefunden hab, das war bei Atva. Atva kennt man aus dem Netzwerkbereich, die machen da schon eine ganze Weile nette Dinge. Also optisches Vermittlungsleitungszeug. Ja, genau. Genau. Also die optische Switcher, wenn man so will, also auch auf, ja, nicht Photovoltaik, aber es heißt so ähnlich. Ja, es ist noch keine ganz optische Switches, aber das ist für optische Leitungen. Ja, genau. Also die sind schon immer noch elektrisch innen drin. Ja, stimmt. You're right. Naja, jedenfalls behaupten die, eine quantensichere Verschlüsselung zu haben. Und da frage ich mich dann auch immer so, dieses ganze Post-Quantum-Zeug, wo die Leute sich jetzt schon Gedanken machen, bis ich einen Quantenrechner mal so weit gebracht habe, mir meine Verschlüsselung zu knacken. Also ich glaube, da vergehen noch Jahre, wenn ich mir angucke, wie weit die Anwendung, das Anwendungslevel auf Quantencomputern momentan ist und was die machen, was die können. Also ich glaube, die sind far, far away davon, irgendwelche Verschlüsselungen zu knacken, vor allem hochsichere Verschlüsselungen. Das, was Adva macht, ist letztendlich nichts anderes, als zwei Schlüssel zu generieren. Und falls einer mal kompromittiert ist, funktioniert noch der zweite. Wo ich mir denke, das ist, ja, kann man Post-Quantum nennen. Ich würde es noch nicht mal, ja, also es ist sicher, ja, Gott, es ist ein Fallback, es ist letztendlich ein Schlüssel-Backup oder so, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Interessant ist allerdings, eine Kooperation, die Adva eingegangen ist und nämlich mit Genua und das Interessante daran ist, dass Genua mit Adva, mit dieser Kooperation und die sind wohl auch schon im Zulassungsprozess, in der Lage ist jetzt auch Layer 2 Verschlüsselung zu machen und das ist eine klare Kampfansage an Rode und Schwarz, an die SIT-Lines und natürlich auch an Secunet, an die Layer 2 Verschlüsseler. Kampfansage deswegen, weil die Geräte im Behördenumfeld zugelassen und benutzt werden. Genau, und das war der einzige Markt, Genua ist ja auch so, ist auch so Behördenmarkt quasi, ist ja für die ein recht wichtiger Markt und damit können die ja auch in dem Bereich jetzt auch Leitungsfeststellung anbieten. Also das war schon, das war der einzige Bereich, den sie noch nicht besetzt hatten. Die haben ja vorher schon mit ihren, Gott, Secure Phones oder ich weiß gar nicht mehr, wie die Produkte alle hießen und mit dem Behördenlaptop, was sie da hatten, sind sie ja schon so ein bisschen auch in Richtung Sina Workstations gegangen immer und oder was Rode und Schwarz mit der Kommunikation auf der Telefonseite gemacht hat. Also sie wollten schon immer von diesem Markt immer mehr abhaben und Layer 2 Verschlüsselung war wirklich eine Domäne, die ausschließlich Secunet und vor allem auch Rode und Schwarz bedient haben und da spielt demnächst dann offenbar Genua auch mit. Mit welchem Erfolg, das wird sich zeigen. Die müssen da natürlich auch erstmal Marktanteile gewinnen an der Stelle und der Markt ist übersichtlich. Zum einen sind solche Geräte sehr teuer und der Markt sehr begrenzt für diese zugelassenen Produkte. War jedenfalls eine interessante Entwicklung zu sehen. Ich hatte das kürzlich schon auf der Homepage gesehen von Genua mit dieser Adva-Kooperation, aber heute erstmal so richtig verstanden, was da so dahinter steckt. Auf der anderen Seite könnte dieser ganze Layer 2 Verschlüsselungsmarkt generell größer werden, auch für Privatwirtschaft, jetzt im Zuge von zunehmenden Cyberangriffen, zum Beispiel aus russischer und chinesischer Seite, die ja auch heftig diskutiert werden oder auch quasi da sind, nachgewiesen sind und dann haben natürlich auch bei größeren Unternehmen, die dann weiter verteilt sind, unter Umständen Interesse daran. Es ist die Frage, ob die zugelassene Produkte einsetzen wollen. Naja. Weil da hängt noch eine ganze Menge mehr dran. An diesen zugelassenen Produkten hängen dann noch so Einsatz und Betriebsbestimmungen, die sind nicht immer unbedingt Stand der Technik. So eine Zulassung dauert roundabout ein Jahr, bis die durch ist. Das heißt, die Technik, die dann zugelassen ist, die ist schon mal ein Jahr alt. Weiß nicht, ob ich das ja so... Das meine ich Gott. Aber du hast dann eben als Firma jetzt plötzlich, plötzlich kannst du einen Markt bedienen, wo der Markt an sich einfach auch größer ist. Du lachst doch nicht nur her. Es gibt ja Layer 2 Verschlüsselung, auch von anderen Anbietern schon. Es geht ja wirklich nur um diesen zugelassenen Bereich. Oder... Ja. Also ich kenne wenig Unternehmen, die freiwillig zugelassene Produkte einsetzen. Zum einen aus der Bedienbarkeit heraus, zum anderen aus der Interoperabilität heraus. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass ein Unternehmen bisher nichts in dem Bereich hat und jetzt in dem Bereich was hat und der Markt wird größer. Zulassung geht oder her. Ja. Wie gesagt, ist fraglich, ob das dann auch so ist. Ich glaube, dass der größte wird. Natürlich wird der größer. Das stellt ja gar keiner in Frage. Der wird insofern vor allem auch größer, weil sich immer mehr der Kommunikation oder der Netzwerke in Richtung Layer 2 bewegt. Also dieses ganze Layer 3, 4 rumgerute, da rücken ja sowieso schon ganz viele ab. Also es gibt ja auch immer intelligentere Switche. Es gibt immer mehr Switch-Networks. Switch-Technologie ist generell auf dem Vormarsch und Layer 2 wird zunehmend an Bedeutung, gewinnt definitiv. Aber wie gesagt, der Markt für solche Geräte ist, speziell für diese Geräte ist, ist sehr begrenzt. Und ja, egal. Es ist jetzt auch wurscht. Gibt es, ist da. Wir werden sehen. Ich habe fertig. Gut. Wir werden uns morgen unterhalten. Genau. Also ich werde morgen nochmal rumlaufen. Wie gesagt, ich werde diese Interpol-Jungs da, dieses Cyberlab nochmal ausfindig machen. Das nervt mich jetzt, dass ich den Namen da vergessen habe. Und natürlich auch mal so ein bisschen anders rum rumlaufen und mal gucken, was ich sonst nur so an neuen Sachen finde und vielleicht auch mal so mit dem einen oder anderen reden, wo heute ein bisschen zu viel los war und wo ich mich dann auch nicht so herangetraut habe. Ja, man möchte ja auch keine wichtigen Verkaufsgespräche stören. Nein, unbedingt. Unbedingt nicht. Also wir reden morgen nochmal. Ich werde schauen, dass ich die Folge heute schnell bearbeite und auch gleich schnell hochgestellt bekomme. Hochgeladen bekomme. Genau. Ich packe noch ein paar Links in die Show Notes. Mein Beitrag zur Episode. Genau. Du hattest heute noch Interviews und morgen noch Interviews hast du? Oder eins? Morgen werde ich sprechen mit Netways. Netways ist, da treffe ich den Bernd Erck. Das ist der Gründer und CEO von Netways und mit dem werde ich mich unterhalten über NIST 2 und über ISO 27001. Also da wird es eher so in strategischere Gefilde gehen. Und wie gesagt, heute hatte ich mit Palo Alto Networks geredet. Ich hatte noch, also den Rico Barth hatte ich noch angesprochen, weil ich habe gesehen, dass Kix auch ausstellt, mit einem Stand vertreten ist und gefragt, ob wir da vielleicht auch nochmal ein Interview machen können. Da kam leider bisher noch keine Antwort, aber da bleibe ich dran für euch. Also Kix finde ich auch eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Die kommen ja so aus dem IT-Service oder IT-Service-Management oder IT-Service-Bereich. Und die machen auch ganz spannende Sachen mit der neuen Plattform Kix. Cape IT hießen sie früher, wer das noch kennt. Ja, waren regelmäßig Aussteller auf Linux-Tagen, vor allem in Chemnitz. Linux-Tag vor allem, genau. Auch sehr Open-Source-lastig, auch in der Open-Source-Business-Alliance sehr, sehr umtriebig. Diese Interviews werdet ihr hören auf Data Explore in dem Parallel-Podcast zu hier, wo wir uns immer ein einzelnes Thema der einzelnen Hersteller rausgreifen. Ansonsten habt ihr hier hier und jetzt und heute gehört Data Express, Episode 56, den Podcast von Data Disrupted mit der Kerstin und dem Wolfgang. Uns gibt es zum Nachlesen auf datadisrupted.tech ohne Bindestrich. Außerdem gibt es die Content-Updates auf BlueSky, auf LinkedIn und als RSS-Field auch über die Webseite. Data Express haben wir gerade schon gesprochen. Da wird es uns auch etwas Neues geben. Wir haben noch ein bisschen persönliche IT-Sicht. Das gibt es zu lesen auf BlueSky. Einmal Steve geht at BlueSky und einmal die Frau Steve at BlueSky. Und wir beide sind noch auf LinkedIn manchmal mehr und manchmal weniger aktiv. Das wäre der Abspann. Wir haben auch noch die Möglichkeit, Kaffee und Tee zu sponsern. Der Link dazu ist dann... Nein, 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 gesponsert zu bekommen. Wir sponsern nicht selber. Wir möchten das bitte trinken. Bitte kauft uns einen Kaffee oder Tee. Es ist schon spät. Der Tag ging heute sehr früh los. Und ungewöhnlich früh. Also, man kann uns einen Tee oder Kaffee spendieren. Das ist dann auf der Webseite der Link. Ansonsten sage ich danke fürs Dabeibleiben. Bis an diese Stelle, bis zum Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.